So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute geht es, wie gesagt schon, oder wie ihr im Titel schon seht, um ein neues Spiel, was Minecraft ersetzen soll. Und ich war ja jahrelang selbst Minecraft-Spieler und deswegen drehe ich auch dieses Video hier, beziehungsweise das ist der Grund für dieses Video, weil ich früher teilweise tagelang gespielt habe, Minecraft wie wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch, und auch auf YouTube was gebracht habe darüber, beziehungsweise hier auf dem Kanal findet ihr unten weiter auch noch ein paar Minecraft-Videos. Minecraft heute ist aber nicht Minecraft früher, weil einfach so wenige spielen, es gibt fast nur noch Abfucker, und ja, ist einfach unattraktiv geworden, weil die einfach nichts Neues gebracht haben, sondern sich jahrelang auf der Schiene weiter bewegt haben, wo sie jetzt, beziehungsweise früher waren. Jetzt ist ein neues Spiel rausgekommen, das heißt Hytale, beziehungsweise ist nicht rausgekommen, sondern es gibt bald eine Beta-Phase und auch neue Informationen rund um das Spiel, aber genaueres erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich! Genau, Hytale ist ein Sandbox-Spiel, ähnlich wie Minecraft, beziehungsweise vom Grundprinzip her ist es gleich aufgebaut. Es ist von den Highpixel Studios und das sind die Erfinder, beziehungsweise die Betreiber von einem großen Community-Server namens Highpixel, den kennt ihr wahrscheinlich alle noch. Die haben jetzt ein eigenes Spiel erfunden, beziehungsweise erfinden, sind gerade noch in der Findungsphase, es wird aber immer mehr, weil viel mehr Leute daran Interesse haben. Aber jetzt mal Grundprinzip mäßig zu Hytale. Es ist so aufgebaut, wie ich schon gesagt habe, wie Minecraft, bloß dass es halt deutlich mehr bietet in der Breite, dadurch, dass Notch sich halt auch in den letzten Jahren auf dieses Erfolgsprinzip verlassen hat, wo Minecraft noch aktuell war, beziehungsweise wo fast alle Minecraft gespielt haben, da hat er einfach nicht viel geändert, sondern einfach sinnlos Sachen hinzugefügt, meiner Meinung nach, weil ich meine, wenn du in Minecraft ein Lama hast, beziehungsweise, was gibt es da jetzt noch, Pandas, was willst du mit den anfangen? Ganz ehrlich, was willst du mit den Pandas anfangen? Die bringen dir einfach nichts. Und das soll Hytale nämlich anders machen. Und zwar, wenn du da sowas findest wie Lamas, sollst du damit auch was machen können. Du kriegst dann bestimmte Items, du kannst mit diesen Items noch was machen. Und das ist halt das Grundprinzip von Hytale, dass man mehr in die Tiefe geht, sodass man eine Breite bietet, aber dass alles jeweils nochmal in die Tiefe reingeht, dass du mit allem was anfangen kannst. Und das ist halt bei Minecraft nicht so und das soll Hytale jetzt in die Erfolgsspur bringen. Ja, das ist halt eine komplett neue Game Engine, die genau für dieses Spiel erfunden wurde, beziehungsweise Hypixel Studios sitzt halt schon jahrelang dran. Die haben, denke ich mal, schon immer vorgehabt, ein eigenes Spiel zu erfinden, bei der Größe, bei dem Server, die sie hatten, bei dem Community-Server Hypixel. Aber jetzt grundgemäß zum Spiel, es gibt Ähnlichkeiten, das ist klar. Das Coole ist halt, die bieten jedem die Möglichkeit, das Spiel so zu gestalten, wie man es möchte. Also es ist halt eher, wenn du weniger PvP spielen möchtest, kannst du dir halt den eigenen Modus erstellen, beziehungsweise im Kreativmodus spielen, da erkläre ich euch gleich noch, was das ist. Oder wenn du mehr PvP möchtest, kannst du im Minigames-Modus spielen. Das ist absolut gut gemacht und das ist halt auch das Coole an Hytale, dass man so spielen kann, wie man es wirklich möchte und nichts vorgeschrieben bekommt. Anders ist, wie gesagt, diese drei Säulen, auf die Hytale setzt. Und zwar, das ist auch das, was sie von Minecraft abheben soll. Es gibt halt zum einen die Säule, den Abenteuer-Modus. Darin sind halt, wie es auch schon sagt, so Dungeons, Unterwasserwelten. Du kannst dir eigene Gegner dafür erstellen. Und du hast halt nicht nur wie in Minecraft den Enderdragon, sondern du kannst dir halt, du hast halt verschiedene Gegner, auch nicht nur Monster, sondern es kommen noch ganz, ganz viele andere Wesen hinzu, die du auch, wie gesagt, selbst erstellen kannst. Dass du die einfach auslassen kannst im PvP und das auch mit Freunden. Also ihr könnt das auch zusammenspielen, diesen Modus. Und das zweite ist der Minigames-Modus. Und zwar gibt es da verschiedene und neue PvP-Modi. Viele kennt man noch vom Hypixel-Server, aber die bringen auch vieles Neues rein und auch viele spielerische Sachen. So was wie Autorennen wird auch dabei sein. Oder auch so was wie Skyblocks in Minecraft halt und solche verschiedenen Spielmodi, die man halt auch zusammenspielen kann oder auf verschiedenen Servern. Das dritte oder beziehungsweise die dritte Säule ist die Kreativsäule. Wie im Kreativmodus, alles machen. Aber das Coole ist hier, du kannst dir im Spiel eigene Werkzeuge machen. Also es wird dir nicht vorgeschrieben, du hast nur eine Axt, du hast nur ein Schwert, sondern du kannst dir eigene Werkzeuge erstellen und sie dann auch einen Namen geben. Und dann kannst du mit diesen Werkzeugen arbeiten und kannst dir Fähigkeiten sozusagen geben, wie man die einsetzen kann. Man kann auch eigene Filme drehen, die Freunde dann zum Beispiel in ein Kino einladen, damit der Film dann abgespielt. Das sind halt echt coole Sachen. Und das nächste Coole ist der Model Maker, heißt der, glaube ich. Dort kann man nämlich seine eigenen Figuren für das Spiel erstellen. Das ist halt auch online, also auf der Website. Und da kann man seine eigenen in 3D, seine eigenen Kreaturen sozusagen erstellen oder auch Gegenstände, die man dann später über einen Mod ins Spiel einbindet. Also die dann auch laufen können. Zum Beispiel erstellt ihr euch da das, was hier gerade gezeigt wird im Bild. Und das kannst du dann einfach im Spiel einbinden, sodass du diese Kreatur auf deiner Seite hast oder insgesamt, dass solche Dinge in deiner Welt rumlaufen. Und dort kannst du halt einfach auch dein Skin verändern, also dein Wesen, mit der du in dieser Welt sozusagen rumläufst. Du kannst ja auch im Spiel ein eigenes Scripting erstellen. Heißt, du bist dann in so einem Raum drin, wo du dann so einen eigenen PC vor dir hast. Dann gehst du da rein, dann kommst du in diesen PC rein und dann kannst du dir deine eigene Skripte erstellen, wie die Welt aussehen soll. Und live um dich herum ändert sich dann diese Welt. Und das ist halt echt schon richtig, richtig cool. Neue Musik, die dann, ja, auch wie gesagt abgespielt wird. Aber naja. Das Release-Date ist noch nicht draußen. Ihr könnt euch auf der Website hightail.com in der Beta anmelden. Einfach die E-Mail aufschreiben bei denen, dann kriegt man immer wieder neue News. Und irgendwann, wenn die Beta draußen ist, seid ihr dann die Ersten, die das spielen können. Aber vielleicht die Einzelnen. Ich weiß nicht, wie das geregelt wird. Aber jetzt kommen wir auch zu meiner eigenen Meinung zu diesem Spiel. Ich finde dieses Spiel vom Grundprinzip her echt geil. Weil ich finde auch, dass man in Minecraft, kann man einfach nur PvP machen. Du hast halt den Ender Dragon als Singleplayer, als letzten Gegner. Und das war's dann. Du kriegst... Das war's. Mehr kann man da nicht erreichen. Und das finde ich halt mit diesem Abenteuermodi richtig geil, weil das findet kein wirkliches Ende. Und wenn du zum Beispiel in der Höhle bist, unter Wasserhöhle, dann ist am Ende ein Schatz. Und den kannst du dann bekommen. Und da ist halt eine Belohnung für dich drin. Und das ist halt schon vom Grundprinzip her viel, viel besser gemacht. Ich finde, es bietet halt eine viel bessere Tiefe. Und das ist halt dieses Grundprinzip. Aber ich weiß halt noch nicht, ob ich mit diesem Spiel so... Ob ich das spielen werde. Weil ich bin, glaube ich, langsam aus diesem Alter raus, wo man das spielt. Obwohl es eigentlich, wenn es Bock macht, mache ich, spiele ich es auch. Aber ja, also mich... Für mich war es einfach wichtig, dieses Video zu machen, weil ich früher... Ja, weiß ich, der Kanal früher darum gedreht hat, um diese Sache. Und deswegen dachte ich, ich schließe es auch sozusagen nochmal so mit ab. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ja, schreibt eure Meinung zu Hytale in die Kommentare. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.